so da sind wir jetzt auch schon wieder habt ihr wahrscheinlich gemerkt dass wir den kleinen cut hatten wir haben jetzt einfach nur ein bisschen an der kiste um gespielt bzw an der nicht an der kiste an der bank an der werkbank ich habe jetzt eine schöne shotgun mit einem halbautomaten noch kombiniert und ja ich bin gespannt wir haben auch noch in den duschen haben wir noch eine platine gefunden einen clip und einen schaden und ja mal gucken wie es läuft drücken wir hier aufs knöpfchen mit jedes augenmerk wir haben auch noch mal die steuerung geändert also wird jetzt richtig schlecht oh yes gar nicht schlecht so ein halbautomat ja du triffst auf jeden fall irgendwas man verschwendet nicht zu viel muni naja das ist jetzt das kabel aber schlecht ist die kühe beim raum hier was ist hier los ach so der fahrstuhl fährt wieder hoch guck dir mal dieses gelumpe hier an was hier überall so rum hängt sind das kabel das hat irgendwas organisches scheiß ja mit der steuerung wird das da hat jemand seine stromrechnung nicht bezahlt und hat einfach mal eine neue leitung lebt um nach bahn so gott ist das ungewohnt jetzt sei er war anzuspielen sollen glaube ich auch ja was hab ich denn jetzt herausgezogen ja du kannst ja auch bluten wo da wo wir waren ja alter ja wird jetzt die steuerung uns richtig schön nerven ich glaube ich werde das auch gleich wieder umstellen einmal gerne jetzt müssen wir damit auch kannst du da weiter ich wollte gerade auf dich schießen die leuchten irgendwelche dinge in den kühlschrank oder wird ja also was mich an hier nervt ist dieses biohazard symbol drauf das würde ich jetzt nicht unbedingt öffnen ja könnte unschön enden ich meine wir können das drüber hermachen der taste da komme ich überhaupt nicht drauf klar darum hat ein schockmoment erstmal der taste das war so klar ja er hat mich natürlich wieder ja 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 du musst du今日 auch und also ich war jetzt die komplett melene au glutraum das stora kiste ich dachte mir wäre was irgendwie vors gesicht gefallen das gesicht gefallen dachte ich gerade noch mehr kisten nein rechte maustaste zielen zielen also die rohre hier gefangen mir auch gar nicht direkt noch hier schon wieder so ein lumpiger kack schacht ja hier haben wir mini feats haus wir müssen es abschütteln und platt lachen wahrscheinlich wir schlürfen uns mal ein würde ich sagen wir haben schon wieder eine werkbank gefunden habe ich schon wieder ein paar clips bauen ich gucke noch mal schnell nach also ja muni kann ja auch muni geben ja das wenn du genug hast wäre geil naja genug ist definitiv nicht so und sache so jetzt ähm ging das einfacher über die wobei ich habe jetzt 119 komm passt natürlich nachdem ich das menü geöffnet habe ja verzeihung da wieder was zum drehen ne hast geleuchtet aber ziemlich cool auch noch ein paar mal öfter gefällt mir nicht hier sehe scheint ein bisschen zu schlemmen kann das sein ja ach f gedrückt halten dann bringt es noch was so der da steht gleich wieder auf das seite so also immer hinter uns vor uns über uns macht sie mal kaputt hier da haben wir strom kriegen das aber wir können das auch vielleicht auch wieder zu schrauben hier oder man kann sogar clip guten damit mit knese ja schön so ich sehe da irgendwas oh ok ich habe hier mal eine tür geklaut das ist irgendwie so ein bisschen am portal ne an die gmod horror map für half life ähm ja Hechtsprung Lass doch mal meine tür ey ich will doch nicht ja das scharfe scharfe häusle bauen oder was ok es war auch noch nicht der zielmodus das war auch nicht gerade das stampfen bei mir ah ok da liegt ein clip hast du hier was gefunden? nicht es leuchtet da so ich wollte mal drauf schießen ja was steht hier denn? ach 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 so und da konnte man drin was aufheben ah dann geht das einfach aus ok was habe ich denn aufgehoben? ich glaube da ist gerade irgendein nachbrenner hier gestartet irgendwas denn jetzt irgendwie da gehe ich jetzt nur noch nicht rein jetzt vertraue ich wieder man äh dem traue ich irgendwie nicht loot ist auch ein bisschen die clips ne na was ist das? wir haben das irgendwie auch mittlere maus ausgelegt was? helikinese ne da haben wir Stasis also ne ja Entschuldigung da ist irgendwas zum anfassen ne zu weit ja du hast dann mehr Reichweite als ich ja ja die Bräuche fallen mir gar nicht na fuck ich hab schon wieder mit die pack gesoffen was war das jetzt? elektrische Aufladung hm das ist wieder irgendwas zu verbasteln würde ich behaupten vielleicht für eine Spitalwaffe oder so? ja möglich ja guck mal das sind doch irgendwelche Nachbrenner hier oder was also hier sieht so aus wie so ein Quatze ne ja das hier ah ja 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 come man veے nur usu ok bereits geht es evok Vielleicht auch gleich ab ja du sagst haben wir jetzt irgendwas erreicht? müssen irgendwie hier runter runter wo dann das ist der bank wollten er ziel so viel zeigt er mir irritiert das ist wahrscheinlich nur eine grobe richtungsangabe bitte aus dem ganzen stromschalter aus dem ganzen raus ich will dich ungern brutzeln also b zeigt mir auch nichts irgendwie an b zeigt mir an ich muss da hin wo ich gerade war na hier so ungefähr ne da sind wir zu früh zum optionat hier also b zeigt mir jetzt genau diese richtung an hier ja aber ich meine da geht es nicht irgendwie ja ich bin irritiert ja das war der shotgun äh gehen wir erstmal wieder zurück das scheint so jetzt nicht wirklich weiter zu gehen bist du da bist du da hinten ich habe da irgendwas gerade in der hand ja das ist ja mit dem scheiß was ich gerade die ganze Zeit rumspiele ach so ich weiß nicht wieso das immer nach links geht weil du das bist ha jo mach nochmal mach nochmal mach nochmal da leuchtet was ja ja dann ist bei mir ja die nachricht ja an ja komm mal komm mal zu mir gerade bitte ja und jetzt drehe ich mal um zu diesem komischen Karton wo ich gerade rauf leuchte und rechts daneben leuchtet auch was da blinkt das weißt du das ich mach das ich mach das No ich mach das ich geh es mal ja 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 oh Extrom Velour Büroschlüssel mmhm hast du das bekommen den Fortschritt? ja die Entschlüsselungskurz herunterladen ja ok cool dass man das gar nicht sieht wenn man vorsteht ich habe eine Schlüsselkarte gefunden Ja, da war doch hinten irgendein Raum, wo man nicht reinkonturrieren kann. Ja, ja. Okay, Mobs. Wo? Ah, hier, das schon wieder. Ja, ich bin schon wieder befallen hier, ist ja ekelhaft. Was ist denn mit dir? Ja, die Spinnen. Fressen die. Ich stehe jetzt wahrscheinlich alle auf, diese Köter hier, die da so rumlagen. Der hier wahrscheinlich jetzt auch. Wobei, der sieht schon recht tot aus. So, ich will auch noch mal. Was? Wir hatten an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstro. Mal sehen, ob ich dich finde. Ja, ich hab sie. Ich schick's Ihnen auf Ihren Ortungsender. Ja. Ja. Ach nee. Das fährt hier gerade Karussell oder was? Ja, das hängt ja oben an der Decke gerade fest. Wo, 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 wo? Ich sehe nichts. Ne, ne, ich weiß nicht. Ja doch, das ist gerade hier durch diesen Brennofen da. Durch den Antrieb oder whatever. Das ist gerade nach oben geflogen. Also den sollten wir wahrscheinlich tunlichst meiden. Also müssen wir hin. Einmal um die Ecke. Es ist einfach nur draufgegangen da. Ich will ja mit Shift mittlerweile zielen. Wie bei Diablo. Falsches Spiel. Bisschen völlig hier, aber... So. Okay. Ja. Okay. Vorsicht. Ja. Da ist irgendwas. Kamera? What? Ja. Sie blinken da oben. Liegt eine Lampe. Sehr gut hier. Weiter, 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 weiter. Ne, ne. Schon vorbei. Aha. Gut, dass wir nicht laufen, ne? Ja. Also ich geh jetzt hier gleich über kein Gitter mehr. Ich hab das Gefühl, jetzt geht's gleich wieder ab. Ich sauf mir nochmal einen an. Okay. Und Heilung. Okay. Ich seh hier nichts. Das ist irgendwie zerflogen. Auch hier steh ich gut. Aber die Shotgun ist nicht so schlecht. Wurde irgendwie angekotzt. Hier kommt was. So. Lass uns mal mit Telekinese hier mal ein bisschen... Naja, ich denke auch. Aber was nur? Ja. Einfach mal bei den... Hä? Was denn? Ja, hier guck mal was ich mich schön im Telekinese hab. Ja, das hatte ich vorhin auch. Weil mir geht hier grad... Dieses Geräusch ganz schnell auf den Sack, muss ich sagen. Aua. Laut? Ja. Laut. Und ich hab mir grad Feuer abgekriegt. Oh, liegt was. Ja. Aber ich hasse ja so'n Licht flackern, ne? Musik. Vorsicht, hier ist immer nur ein Feind. Ja. Ah, er hat mich schon wieder hier an der Backe. Ja, der ist tot, der hat gedroppt. Ja. Aber es ändert nichts daran, dass ich ihn... ne? Habe ich noch ein kleines Medipack? Ich muss noch grade gucken. Nee. Aber ein großes hab ich. Oh, hier hinten scheint alles... Oh, lass mal weg von den Geräuschen. Ja, es ist echt nervig. What? Okay. Nee. Oh nee, da kommen sie wieder. Echt? Oh. 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 Oh, der explodiert, der hat uns hier. Weg von dem Gelben. Weg von dem Gelben. Ah. Ähm. Will ich das da? Wirklich? Ja, sie sind zwei kurz vorm explodieren. Ha. Ha. Cool. Ja. Das hab ich mir auch so gedacht. Hier dürfte jetzt einiges rumliegen. Hier ist ne offene Tür. Ähm. Haben wir jetzt endlich mal hier? Verriegelt? Ja. Ja. Ah. Äh. Das war, glaub ich, die Tür hier. Mit dem Züttel. Ja. 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 Vorne ein Zubo. Die Tür hier. Welche meinst du? Die hier vorne? Echt, meine. Hier. Schüsselsymbol. Ach stimmt, das ist ja hier die Keycard. Ähm. Warte mal. Ich hau mir noch mal ein mittleres Bidipack rein. Ne. Die zwei kleine hab ich hier noch. So. Hm. Okay. Jetzt. Datei abspielen. Ich hab ihn. Hey Santos. Ich schicke ihn jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn. Warten Sie. Ich bearbeite die Nachricht damit. Okay. Ich hab ihn. Hey Santos. Ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Versteck. Rosetta. Versteck. Rosetta. Versteck Rosetta. Wer ist Rosetta? Ja. Sie haben wohl versucht sie vor dem Verstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder Sie wussten etwas, das wir nicht wissen. Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Na? Ich geh jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac Ende. Also das Versteck ist in der Rosette. Merkt ihr das? Ja. Das braune Auge. Ja. So. Wir müssen jetzt wieder rechts um die Ecke. Was haben wir jetzt überhaupt für einen Auftrag bekommen? Also. Ja ich weiß, ich stehe genau in der Tür. Achso. Optionales Kolumpe ist fertig. Wir müssen jetzt die Terra Nova erreichen. Also. Was mich persönlich interessieren würde. Das wird wahrscheinlich später erst gehen. Wenn man hier reinkommt. Du hast keinen. Du hast keinen. Du hast keinen. Du hast keinen. 4 Uhr morgens Disco. Was? Ne doch nicht. Du hast nämlich gar nicht mehr reagiert. Nein. Nein. Ab. Ab. Du hast nur das Spiel geflogen. Achso. Ja. den letzten Kontrollpunkt. Ja. Wer weiß, was das jetzt ist. Bleibt da gerade nicht viel anderes übrig außer fortfahren. Also. Warte mal. Nö. 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 Du wirst es doch jetzt noch eine Anfrage bekommen haben. Sehe ich nicht. Ne. Da nicht. Da auch nicht. Hm. Einloggen fehlgespürgen. Keine Verbindung zu den ersten auf. Versuche bitte ein späteres Mal. Ich habe irgendwie keine Verbindung zu den Servern. So sieht es aus. Ja, vielleicht ist... Ich weiß nicht. Hattest du jetzt eine Nachwirkung oder nicht? Also ein Disco? Bin mir jetzt auch nicht sicher. Einloggen fehlgespürgen. Ich... Verlass mal das Spiel. Bleib du mal da. Ja, ja. Liebe Leute, wir machen hier an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Bye.